so dann hören wir den sound das video hat gestartet grüßt besondere zaubergrüße nach wiesbaden genau aus diesem bund halte ich noch dieses schild wiesbaden die schöne stadt in wiesbaden die mögen sie alle gern besonderen gast in wiesbaden wir wissen nämlich genau bei diesem youtube video welche städte zuschauen und welche nicht wir wissen genau wer das als erster klicken wird ja es ist dein mann mit der fehlenden servo unterstützung moment so wir sind hier noch am rumkurbeln also ich nicht ist das kriminell über dem auto ich sitze und halte das handy das ist heute meine aufgabe genau das muskeltraining und ja wunderbare grüße an sir steph nach lübeck nach taiwan daniel roxan heidelberg und so weiter ganz viele tina steffina tina aus köln matthieu dein aller allerbester freund ja ich schließe mich all den grüßen an ich grüße euch auch ganz herzlich wir müssen nach da gell der matthieu der ergläublicht ja inzwischen dass du existierst ja das ist schön unser schild unser schild hilfe hilfe wiesbaden wir sind auf dem weg zu dir genau also nach wiesbaden wir fahren nicht nach wiesbaden extreme größe links rechts links 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 dann natürlich an gil 1970 legenur de claire an jerome an alle riesenräder in wiesbaden das ist auch nochmal ein insider den habe ich dir noch nicht bislang warum ist wiesbaden so eine schöne stadt es ist ein mann namens rumburg macht die stadt wunderschön ja vor allen dingen das ist also ein schwanker und aufregend wir mögen den ja eigentlich das ist ja das ironische weil der ja auch irgendwie sehr anders schreibt ja anders ist ein dehnbarer begriff sind adjektiv das in allen richtungen schwingt und schwänge bis auf dass das gütliche stets gelänge und ich meine da kann mir irgendwann dieser 19 juli 1702 eine lora kurz jetzt ist wieder schädel und geld lang genau wissen gerade bei geld gefahrens hat aber keiner geschehen in einem der anderen videos auch angekündigt dass die kiste wahrscheinlich auseinander geropft wird ja das ist vielleicht eine der letzten fahrten jetzt und wie aber auch das besetzung aller zeiten es ist 185 youtube video das allererste war ja ebenfalls mit einer person an meiner zart fühlenden seite das war ja dieses video im märz drei sekunden hallo ist es noch da als wir den spaziergang unternahmen unternahmen ja also daniel hat sich ja fast auf den tag genau morgen über morgen sind es 13 jahre 13 jahren nach asien begeben der damen welt wegen genau sieht man diese giftgrünen beleuchtungskünste im cockpit nach asien begeben und da gibt es ja bestimmte namen die bleiben dir im gedächt yumi melody melody die weihnachtslady ich habe gerade kurz meine nägel gezeigt entschuldigung nicht entschuldigung die sind ja sehr sehr sehenswert danke ja wieder in dem unter 82er video mit gil das wir gemacht haben jetzt vor ein paar tagen habe ich das ja auch schon erlöblicht also hast du auch die nägel sehen abfahren war gerade am garten eben vorbei schon wieder matthieu größe und deinen besten freund jetzt kann man es nicht mehr erblicken auf jeden fall ist das hochgradig spannend genau vor 13 jahren nach asien getrabelt was hältst du denn von asien weil wir haben ja so asiatisch zu mittag gegessen heute ein bisschen zeit haben beide also ich fand ich war ja in china sehr spannend muss ich sagen sehr interessante sehensmöglichkeiten klar mit der kultur konnte ich mich nicht ganz so identifizieren aber vom essen her kann man sich nicht beklagen weil es heute auch ganz gut oder hat jedoch auch geschmeckt oder es hat immer das einzige thema das mich in keinem lande interessiert mich schon in wiesbaden parlieren sie nur über bratwurst und kartoffeln ich mag auch die einzige lady mit der ich sowas werde essen können und auch schon aß weil welcome to the block hier zieht mal ein bisschen unsere unser ghetto wo wir wohnen eigentlich ganz ich wohne hier nicht aber fast man hört gar nichts von dem auto aber es hat ein sehr sehr schönes geräusch also ja nur kurz zu demonstrationszwecken das ist wie gesagt sehr legal was wir hier machen weil ich das handy halte während der fahrt absolut das hat nämlich wirklich einer mal in den kommentaren geschrieben ja polizei wurde informiert wegen händler stelle ich habe ich geschrieben aber ich geschrieben moment man es gibt ja überhaupt keinen beweis dass ich das gehalten habe ja aber irgendjemand wollte da wohl auftrumpfen das war nämlich keiner aus dem festen zirkel normal kommentieren so leute wie hank marco und so aus unserem schreibt zirke und ab und zu kommen ja auch mal fremde gäste oder irgendein dritter account aus wiesbaden irgendeine zusatzpersönlichkeit das gibt es eine eine bratkartoffel aus 12 uhr bis 15 uhr genau wie es waren mein herz geht auf vor allen dingen ich habe ich habe so einen teilnehmer mit sprachkursen der sieht jetzt bei jedem w wiesbaden ist oft gesagt er sieht bei jedem kann einen namen den wir hier nicht nennen dürfen k punkt genau sieht bei jedem w wiesbaden und wir müssen halt immer ein bisschen unsere zunge hüten aus diskretionsgründen weil nicht alle haben diesen in anführungsstrichen humor den wir in uns tragen direkt nach hause einfach geradeaus richtig jetzt fahren wir schon eigentlich eine zielörtlichkeit vorbei aber die werden wir jetzt nicht aussuchen jetzt bei allen ein bisschen ich bin ein bisschen in eile ich muss nicht zur arbeit und muss noch einen gefallen tun an jemanden deswegen sind wir ein bisschen in eile gerade aber trotz allem haben wir uns während der fahrt bislang sechs minuten 40 genommen und zu verlieren ganz ganz wundersam verlieren direkt mit grüßen an den entfolgten sondern ja für den neutralen zuschauer natürlich alles unfug weil wir hier in insider gags ertrinken und versinken und die können sich dann gar nicht so recht einklinken aber für diejenigen die wissen worum es geht ist es wirklich was fällt immer um das will einfach nicht dann kann man ja das ist diese extrem ausgedehnte lange übersetzung des ersten gang ist es halt vier stufen automatik zf und zf meinte ich ja zu dir du warst ja im frankfurter zoo zu frankfurt die tage meinte ich ja zu dir auch zf da kann man ja gleich eine assoziation herstellen müssen wir irgendwann auch mal nach frankfurt fahren weil der wiesbadener kamerad redet ja auch gern über den zoo immer muss man dazu stimmt's daniel unser freund aus wiesbaden hatte neulich im amazon forum wo christian rode so ein kult ist so eine diskussion irgendwie über den über den zoo in den wiesbaden glaube ich das sind so die gesprächsthemen weißt du weil wenn wir dann jetzt da mit unserer ungebremsten leidenschaft reinmarschieren und alle irgendwie nervig überfordern dann muss er ja irgendeine gegenmaßnahmen in kraft treten lassen und wenn er einen kommentar an steff und an marco und so weiter richtet inhaltlich ist halt einfach mal der komplette kommentar an daniel daniel und mich gerichtet eigentlich aber wir werden bewusst namentlich ausgelassen also macht das schlau macht das schlau und ja wie findest du das denn diese diese leute in wiesbaden ja ich glaube ich habe mich schon geäußert oder das ist halt ja das ist spezielles klientel das trifft sehr gut du bist diplomat ich kann mich gut ausdrücken absolut mache ich gerne nun gut in diesem sinne denke ich wir sind in den nächsten minuten traben wir dort ein wo wir eintraben wollen eintraben ja das schöne wort eintraben mitnichten in bälde und was sind noch die lieblingswörter parlieren die ratkartoffeln bk genau bk übrigens das k hat nichts mit kaputt zu tun also falls sie sich irgendwann beschwert es ist dann wäre es ja bkk bratkartoffeln von der krankenkasse kann man dort bestellen dann direkt und dann direkt mit dem krankenwagen geliefert auf jeden fall also ich wollte noch was sagen ja was wollen wir noch ersäglichen also auf jeden fall dass du die aller 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 liebeste gäste in den videos bist das freut mich sehr es ist mir eine ehre liebe grüße an alle und deine gegenwart und deine gesellschaft ich denke mich dann aus weil wir gleich da sind genau man darf ja unser geheimversteck nicht entdecken sonst werden wir irgendwelche reifen zerstoffen in diesem sinne wiesbaden 160 post und ja wir melden uns ganz zäuberlich ja irgendwann wird meine nacht bei mo richtig haben wir schon angekündigt okay gut noch mal ein sondergruß nach lübeck steht auf jedes wort das du sagst nach lübeck okay dann noch mal ganz liebe grüße und bis demnächst macht's gut ihr die mängel tschüss